Hallo, ich bin Tim Funkel, der Personalleiter der MainSquare und ich werde dir heute alle deine Fragen rund um unseren Bewerbungsprozess beantworten. Ja, du kannst auch deine Abschlussarbeit sehr gerne bei uns schreiben. Das macht für uns auch gar keinen Unterschied, ob das eine Bachelor- oder eine Masterarbeit ist. Wir betreuen beide arbeiten sehr gerne. Das Ganze sieht dann so aus, dass du uns kennenlernst, dass wir uns mit dir gemeinsam hinsetzen und schauen, was sind deine Interessen, in welchem Themenbereich möchtest du gerne schreiben und wir dann natürlich gucken, finden wir da auch einen Kundennutzen. Das heißt, wir wollen dann auch immer Mehrwert für unsere Kunden erzeugen mit deiner Arbeit und das sorgt dann eben auch dafür, dass du motiviert bist, Lust auf diese Arbeit hast und dann natürlich auch ein sehr gutes Ergebnis im Normalfall hast. Ja, du kannst bei uns gerne auch ein duales Studium machen im Bereich natürlich dann auch wieder der Informatik. Aktuell haben wir insgesamt vier duale Studenten, die bei uns arbeiten und das ist auf jeden Fall auch möglich. Jein. Für das Consulting ist es eine zwingende Voraussetzung. Das ist Teil unserer Marke beim Kunden. Aber wir haben auch ganz viele spannende Positionen intern geschaffen, wo es auch darum geht unseren Kunden zu helfen, wo wir zum Beispiel IT-Systeme für unsere Kunden betreuen. Das findet dann zum großen Teil hier direkt in Bielefeld statt und dafür ist dann das Studium keine zwingende Voraussetzung. Ich hoffe, ich konnte auch deine Frage beantworten. Solltest du noch weitere Fragen haben, stehe ich auch gerne persönlich zum Beantworten zur Verfügung. Schreib mir doch einfach eine E-Mail oder ruf einfach an.